Wie ist das erfreulich, dass wir das in unseren Herzen empfinden können? Dass der, der diese Dinge der Versammlung betrachtet, dass er auch derjenige ist, der die Macht hat, Gericht zu üben, und dass er zu dem Überrest, der sich in Theater befindet, sagt, er sieht in jedem Augenblick einen jeden Einzelnen, auch jetzt uns, sein Auge in diesem Mittelalter, wie schon gesagt wurde, wo vielleicht die Erkenntnis nicht so groß war, dieses Auge bemerkt alles, was geschieht, und was seine Geliebten haben, worin sie tätig sind, und was sie noch nicht verlassen haben. Hier sieht man auch besonders, dass die Dinge, die bei Ephesus mangelten, also die erste Liebe, die verlassen wurde, sie ist hier wiederum tätig, diese Liebe. Und eigentlich könnten wir auch noch sagen, dass es Liebe gibt, Glauben, und in Vers 25 auch Hoffnung. Obwohl es nicht eine solche große Erkenntnis gab, so sieht man, dass diese Liebe eine ständige Verbindung ist mit der Quelle dieser Macht. Und wenn wir uns wirklich aus der Geschichte etwas in Erinnerung rufen können, dann wissen wir, dass diese Überreste wirklich eine große Kraft besaßen. Und der Herr legt ihnen wirklich nichts mehr auf und sagt ihnen, bleibe darin. Und das sind eigentlich diese wunderbaren Charakterzüge auch, dass diese Dinge, die gegeben wurden, dass wir auch in ihnen bleiben dürfen oder können. Bojować, czy być czynni. Entweder, dass wir in ihnen kämpfen können oder in ihnen tätig sein dürfen. Und wir haben auch gehört, dass dieses Böse sich mehr und mehr entfaltet. Bo wierszu 20. Ja in Vers 20. Widzimy w tym pierwszym części tego wiersza, sehen wir im ersten Teil dieses Verses, aber ich habe gegen dich, dass diese Gedanken noch zur Allgemeinheit der ganzen Versammlung an sie gerichtet ist. Und dieses Böse, was sich damals entfaltet hat, das hat sich nicht nur in der Lehre entfaltet, sondern das hat sich richtig verankert. Dass diese Person, die uns hier vorgestellt wird, dass sie sich sehr heimisch in diesem Ort oder an diesem Platz findet. Und wenn uns diese ganzen Charakterzüge hier dargestellt werden, und eigentlich die Unfähigkeit der Übrigen zu dem Ursprünglichen zurückzukehren. Tu już Pan Jezus nie ma takiego celu. Czego? Takiego celu. Da hat der Jezus auch nicht mehr so ein Ziel. Jego oczy są skierowane na tą małą Gruppe. Seine Augen sind auf diese kleine Gruppe gerichtet. Und trotzdem, dass jedes Verhalten dieses Überrestes ihm auch nicht fremd ist. Und trotzdem, dass das Verhalten ist.